Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen let's play hier auf graphics ja wir spielen heute das spiel little nightmares spiel ist am 28 4 oder auskommen ist gerade am 9 und 24 auf und ja little nightmares sehr cooles spiel hoffe ich zumindest glaube ich hoffe ich ja was ja eigentlich gibt es nicht so viel zu sagen ich würde sagen wir klicken einfach mal neues spiel und dann rede ich halt sowieso weiter im spiel und ja ich klick einfach mal auf neues spiel speicherplatz werden leer leer oder leer ich nehme ich nehme leer da der bildschirm ja 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 und da sind wir auch schon in spiel ich glaube dieser sie sind das naja diese sie sind oder ich hoffe es ist mensch ja auf jeden fall diese person hier hat er anscheinend einen albtraum und ja mehr wissen wir nicht das ganze spiel hat er so einen spielstil wie spiele limbo oder ja 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 wie limbo halt also es ist auch so ein gdings bums max hall spiel in der 2d perspektive ist es 2d 2d ist es eigentlich nur flach es ist ja 3d nur wir sind von der seite wie heißt denn das ja es ist jetzt genau ich gehe auch mal hier entlang titel ist auch so tag ist auch horror weiß nicht so genau ob es jetzt wirklich zum beispiel limbo so war eigentlich auch horror ist nicht so wirklich aber mal schauen ich lasse mich überraschen was ich zu ah ok 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 so können wir auf jeden fall noch was schieben bin jetzt in submenü hüpfen uh ah total gibt es nicht können wir ah ein feuerzeug haben wir auch ok hüpfen da können wir so irgendwie sich ducken damit greift er und damit machen wir klein hoch ah so kann man auch zünden ich spiele das ganze mit controller ich glaube das ist die beste das ist das beste an dem spiel also die beste spiel wie nennt man das ich kenne mich nicht so ganz aus äh ich bin das grad aufgestanden und nehme das let's play auf muss jetzt wieder munter werden so ok jetzt müssen wir hier rein damit machen wir so ok gut licht licht ok sieht auf jeden fall schön aus Wasser damit macht er uns das licht kaputt es gibt es gibt ah cool es gibt gar nicht einen sound fürs wasser ding für das wasser 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 wassertropfen für die wassertropfen genau gut äh so wo sind wir wassertropfen äh äh sieht schön aus wir sind irgendwie klein und das ist groß sieht sehr schön aus gefällt mir ok hier ist die treppe gehen wir auch mal in die treppe kann man hier runterfallen ich will den tanz probieren will ich dass dieser typ da stirbt ich weiß noch nicht den Namen ich weiß noch gar nichts das ist erstmal das ist das überhaupt das mach ich was mach ich hier eigentlich grad spiel ich das intro oder ja auf neu spiel geklickt also das würde schon einen Sinn haben ok das können wir auch nicht mitnehmen und ich testen alles das eine Vase mehr haben wir hier nicht ok einfach mal weiter duck dich ok Wasser Regen wunderschön da oben sind Stühle an Seilen ok noch ne Tür ein Topf dann hüpfen wir mal hier hoch kommen wir hier hoch kommen wir hier hoch nein komm ok hier hoch können wir nicht hüpfen äh hier ist Licht nicht können wir den verschieben so nein können wir nicht ok ok au äh Kamera kann ich ja auch bedienen können wir es unter das Bett aber da ist nichts unterm Bett hätte ich ja gesagt dass wir es so müssen so und dann da rauf wenn das nicht geht schief schief mir ein nervöse Sprünge sogar zu springen und das ah dankeschön so und dann greifen ok ok also man muss es irgendwie selber rausfinden aber wenn man es das Spiel checkt dann irgendwann wenn ich es nicht kapiere und dann Angst ist Angst ist immer wie es geht ok ah ok und so kann man dann greifen uh kann ich den bing bing uh da hat sich jemand erhängt ja äh ich habe jetzt einen Stuhl ich nenne ihn Stuhli jetzt mein Stuhl den stelle ich jetzt da hin na na komm bisschen schwierig die Steuerung kann ich nicht mehr weil hier was ist so wieso kann ich nicht mehr weiter ok so so natürlich so geht das äh weiter Licht 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 mein Feuerzeug ok ok ist hier hinten das ist eine Turbine wo sind wir man kann hier überall drauf klettern aber es bringt sich nicht wo und was wie wo äh den kann ich nicht aufmachen und auch nicht schieben ja wäre auch wunder wenn ich schieben könnte so ich weiß nicht ob das Spiel mir die Steuerung lernt oder ob ich selber drauf kommen soll ich glaube das sind die Checkpoints ich glaube das sind die Checkpoints ich glaube das glaube ich denn hier ist wahrscheinlich immer so dann gehen wir hier hoch ich glaube da kommen wir nicht weiter wie sieht es denn hier aus was haben wir hier wo können wir das Ding hinnehmen nein können wir das Ding hinnehmen ähm ist hier irgendetwas hier was ist denn das ok so kann ich mich hoch ziehen aber geht wahrscheinlich nicht weil weil hier etwas steht, deshalb geht das wahrscheinlich nicht, schätze ich mal. Okay. Genau, sonst kann ich mich hier hochziehen. Ist hier irgendetwas? Kann ich later? Nein, die kann ich nicht mehr an. Hm, irgendwas, irgendeinen Durchgang, also wir müssen wahrscheinlich, nein, das kann ich leider nicht mehr machen. Hm, wenn wir noch hochgehen, der ist ja nicht, wir sind ja von da gekommen. Okay, wir scheitern schon beim ersten Level. Obwohl, gibt es ja gar nichts für irgendwie Level, sondern egal. Äh. Okay, ne? Das geht ja noch, noch irgendeine Taste, da ist es an. Genau. Was ist das da? Oh, dann gehe ich ein bisschen... Ah, so renne ich. Interessant. Renne ich? Okay. Sieht das Gesicht? Dieses Gesicht? Ja, okay. Sieht ein bisschen das Gesicht hier. Wunderschön. Ähm. Hier wird es übersehen. Hier ist irgendwas. Ah. Oh Gott, ich scheitere schon beim ersten Level. Oh nö, das ist wieder was. Wenn ich hier schon scheitere. Wenn ich hier rauf und so... Ich sehe das nicht. Ich komme hier nicht hoch. Da kann ich hier irgendwas machen. Einen Moment. Ich schaue mal kurz weg. Steuerung. Ducken, rutschen, bewegen. Ja, Feuerzeug. Feuerzeug, umschauen. Wo ging ich denn werfen? Ah, werfen? Wie ging das eigentlich, dass das was war? Hä? Wie ging das werfen? Nein! Ich habe aufs Abmenü geklickt. Das wollte ich nicht. Oh nö. Okay. Ähm. Oh, jetzt starten wir hier wieder. Oh Gott. Okay, das ist jetzt eh nicht viel. Wir mussten ja nur den Stuhl hier nehmen. Und zur Tür schieben. So. ober. Oh. Mussten wir raufklettern. So. So machen. So machen. Genau. Können wir erinnern. Und dann da durch. Und dann da durch. Gehen wir auf und da kommen. Da geht es ja dann weiter. Hä? Du? Hallo? Ja, durch. Dankeschön. So. Wie geht jetzt das werfen? Besteuerung? Bringen, werfen. Ist auch auf A. Aber ich glaube, das können wir noch nicht, oder? Der Sprung geht nicht. Oh nö. Wieso scheitern wir jetzt schon hier? Oh Gott. Das wird ein ewig Let's Play. Oh Gott. Wenn ich schon hier scheitere. Hm. Okay, Tegen, wodurch? Ich komme hier ja nicht hoch. Zumindest erkenne ich es nicht, ob ich hier irgendwie hochkomme. Oder kann ich hier irgendwas noch machen? Ihr kommt hier nicht hoch. Ja. Äh. Okay. Äh. Wieso kommt? Wieso geht das nicht? Gut. Äh. Dann würde ich sagen, bin ich auf die heutige Folge. Wir haben schon 17 Minuten. 15 Minuten. 15 bis 19 Minuten möchte ich die Folge machen. Ja. Wir scheitern schon mit dem ersten Level. Also. Ja. Das wird ein langes Let's Play werden. Ich bitte sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schreibt gerne euer Feedback zu den Spiels und zum Let's Play in die Kommentare. Oder zeigen wir es via Like-Button. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Du bist. Musik Kovac. 어�näี้ mei. Ja. Du bist. Von Maragabe. Dan f Tescher. H traitor. Luke wast.